Naja, ich wollte erst nochmal die Frage stellen über das öffentlich-rechtliche Datensystem jetzt, aber doch nicht, dass man sozusagen wie beim Fernsehen so eine Art Zwangsmitgliedschaft hat, oder? Also, naja, ich meine, ich glaube, das wird man schwer heute rechtlich noch rechtfertigen können, dass ich das als ein Angebot habe, wofür ich dann zahle und wer das mitmachen will, okay, aber nicht unter der Maßgabe, jeder Deutsche muss sich sozusagen beteiligen.